Was zur Hölle? Okay. Und kommt der Stream wieder oder? Ja! Hey! Hinterseite wieder. Krass. Da ist einfach OBS gecrashed. Wie nervig. Hm. Hm. Ja, ich hab ja die... Äh... Wie heißt das gleich noch? Die... Enhanced Broadcast. Und ich hab mir da die... Den Bug-Report, äh... Vorhin durchgelesen. Ähm... Oder was bei dem neuen Update rausgekommen ist. Stand genau drin. Random Crashes, äh... Wurden behoben. Hm. Komisch. Aber... Ich hab auch nicht viel gemacht. Ich hab... Die... Die drei... Noch gesetzt. Das war's. So, und jetzt können wir 1,4 Kilometer nach Hause fliegen. Ich hab die... goin. Und, was ist das? Das... Ich hab auch nicht mehr rausgekommen. Nichts, was ich soll die Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das dauert ja auch immer ewig. Aber ich bin froh, dass es ein Jetpack gibt. Allein die Vorstellung, das zu laufen, wäre ja die Hölle. Oh, das wollte ich noch ausprobieren. Ups. Wow, das ist ja mal. Okay, das könnte man nutzen, wenn man auf Klo geht und nur irgendwo hin will. Ich bin froh, dass ich noch ausprobieren kann. Ich bin froh, dass ich noch ausprobieren kann. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Das war's. 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 Das war's für heute. Oh oh, die Stromproduktion hängt. Oh, die Stromproduktion hängt. Und damit müssen wir einen ganzen Haufen Dinge abgeklemmt haben. Vielleicht wird das hier noch was. Oh. 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 Schreie! Danke fürs Folgen, Fett Oger. Den Finderabend finde ich cool. Den Finderabend finde ich gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ha, es steigt langsam an. Ha, es steigt langsam an. Ha, es steigt langsam an. Ich glaube, ich sollte als nächstes Mal den Treibstoff herstellen. Ja, es steigt langsam an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was passiert, wenn ich den hier wieder anschließe? Oh Gott, oh Gott. Ich muss morgen nach Hannover fahren. Das ist ein bisschen die Strecke. Und ja, mal gucken, wie das Ganze wird. Da wird ein Motorrad abgeholt. Also habe ich keine Ahnung, weil ich abends zu Hause bin oder nachmittags. Ja, zum Feiertag muss ich nach Hannover fahren und ein Motorrad abholen. Habe ich mir gegönnt. Genau. Und ich würde jetzt reinhauen und dann sieht man sich morgen Abend wieder, würde ich sagen. Irgendwie, ich weiß nicht, wann ich wieder da bin. Ich hoffe irgendwas bei 16, 17 Uhr und dann würde ich auch rein streamen. Und ja, aber erstmal für heute ist Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und danke fürs Dabeisein. Und dann würde ich sagen bis morgen und wir versuchen mal rüber zu raiden zu Kronkh. Der spielt Supermarkt-Simulator. Also schönen Abend euch, danke fürs Dabeisein. Gute Nacht. Und ja, dann raiden wir rüber. Und gute Nacht, danke fürs Dabeisein. Schönen Abend euch. Ciao. Danke fürs Folgen, Lalo. Lalochen. So, ciao.